Hast du Aufnahme statt am Laufen? Ach warte Sekunde mal, mein Gott, ich habe keine drei Bildschirme so wie du. So, hallo und herzlich willkommen heute zum kleinen Tutorial zu Dying Light. Vor mir steht der Matt Mike, kennt ihr ja aus den DayZ-Folgen. Und zwar gibt es ja dieses Problem, was ihr vielleicht alle kennt, wenn ihr Kurve-Modus spielt in Dying Light und vielleicht sogar Let's Plays aufnehmt, habt ihr immer dieses Problem, dass ihr den anderen so verdammt leise hört. Mike, sag mal eben was. Okay, das werdet ihr dann hören. Ich habe Mike im TS komplett aufgedreht, also plus 20 Dezibel Lautstärke. Bei mir übrigens auch. Ja, bei ihm auch, ja. Also ich dann in dem Fall. Und ja, jetzt haben wir herausgefunden, dass es ganz einfach eigentlich zu lösen geht. Ihr geht einfach über Skype rein, habt ihr ja bestimmt alle, und telefoniert über Skype während ihr spielt. Die Qualität ist nicht ganz so gut, aber definitiv brauchbarer. Im Endeffekt könnt ihr nachher noch eine Rauschentfernung drauflegen. Wie auch immer, auf jeden Fall ist es lauter. Das zeigen wir euch jetzt gleich. Wir sehen uns gleich wieder. So, hier sind wir zurück. Und jetzt sind wir im Skype verbunden. Das Rauschen ist eigentlich minimal, auf jeden Fall. Die Qualität geht. Und jetzt, Mike, sag nochmal eben was. Ja, ich lese einfach den gleichen Text nochmal neu vor. Und das ist jetzt die Standorteinstellung von Skype. Das heißt, wir haben da nichts... Fuck off, man. Scheiß Steam. Wir haben da nichts rumgestellt. Löchst. Löchst. Ist auf jeden Fall wesentlich angenehmer. Zehnmal angenehmer. Und ja. Ich hoffe, es euch hat geholfen. Gebt einen Daumen hoch. Besucht auch gerne den Kanal von MadMike, wenn ihr nicht gerade auf MadMikes Kanal seid. Wenn ihr da seid, besucht meinen Kanal. So. Auf jeden Fall gebt einen Daumen hoch das Video, wenn es euch geholfen hat. Wir haben uns ziemlich über den Sound aufgeregt und sind daher ziemlich froh, dass es klappt. Und werden jetzt unser Let's Play Together starten. Und ich hoffe, ihr seid dann auch dabei, wenn wir die ersten Folgen hochladen. Definitiv. Jo. Dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.